Hey, da sind wir wieder mit dem 22. BamBamTape und heute leckt mich am Arsch ein super mega Bombengast, den DOP, oder damit es hier auch alle verstehen, den Chefkamera-Mann von der Erfolgsserie Dark von Who Am I, von Das Letzte Schweigen, nominiert für die beste Kamera, beste Bildgestaltung vom Deutschen Filmpreis, Megatyp Nick Summerer. Hallo Nick. Hallo Ben. Möchtest du lieber Nikolaus genannt werden hier in diesem Podcast? Ne, nenn mich doch Nick. Das machen die meisten, insofern passt das gut. Wunderbar Nick. Sag mal, kurze Frage vorweg. Kennen wir uns persönlich? Wir kennen uns persönlich. Also zunächst möchte ich dir mal für die Intro danken. Ich bin hier rot angelaufen. Sehr schmeichelhaft. Vielen, vielen Dank. Ja, wir kennen uns persönlich. Wir haben uns vor vielen Jahren mal kennengelernt auf unserer damaligen Agentur Fire während der Berlinale. Da war der Bernd von Grand Hotel Pictures, hat uns vorgestellt. Bernd Katz-Katz-Matschig. Ich glaube, dass es der Bernd war. Ah, aber wir waren nicht in der gleichen Agentur, oder? Doch, wir waren beide bei Trinity. Ah, okay. Aber das ist eine ganze Zeit lang her. Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass ich dich da sah, mit Krawatte, einem Pullunder, glaube ich, angehabt. Oh, na ja. Und da hatten wir ein paar Sätze miteinander gesprochen und eigentlich so ein bisschen schön herumgeblödelt. Und das war's. Und dann haben wir uns gegenseitig eigentlich, also mehr ich dir, weil ich nicht so ein Poster bin, auf Facebook verfolgt. Und ja. Ja, ich ehrlich gesagt, ich konnte es nicht mehr ganz zuordnen. Ich wusste auf jeden Fall, da steckt eine Sympathie hinter dem Namen. Und ich muss sagen, dass ich erst wieder bei Who Am I bin ich drüber gestolpert und dachte, sag mal, Nick, Nick Summerer, spinne ich jetzt? Und da dachte ich nämlich ganz kurz, weil vorher war ich verwirrt, ich hatte dich, es gibt noch einen Produzenten aus Berlin, der auch Nick heißt, aber einen anderen Nachnamen, ich weiß nicht mehr. Und da habe ich dich kurz durcheinandergebracht. Und bei Who Am I, da war es dann so, da dachte ich, okay, leck mich am Arsch, Nick. Und ich meine, also ich hoffe ja dann immer, weil ich ja wirklich alles andere als, ist ja auch gar nicht mein Gebiet, aber gar kein Neider. Und ich versuche immer, wenn irgendwas kommt, dann möchte ich das nach amerikanischem Vorbild ganz doll feiern. Und ich glaube, ich habe die auf jeden Fall geschrieben bei Dark, als es angekündigt war. Und da war ich fast so stolz. Und ich hoffe, ich habe dir auch bei Who Am I geschrieben. Sag mal, ich wollte mal eine Frage, wollte ich vorweg gerne loswerden, die nur mich persönlich interessiert. Und falls du die beantworten kannst, es ist so, dass Who Am I war ja auch visuell schon einfach ein richtig, richtig geiles Ding. Und ich hatte mich, ich hatte dich ab da so ein bisschen mit Baran Burda, natürlich für dann für immer zusammen, wie sagt man, naja, es war für mich so einfach ein Match, wo ich dachte, okay. Und jetzt habt ihr ja, ihr habt ja Dark zusammengedreht, aber dazwischen war doch Baran irgendwie einmal kurz, hat in den Starten Sleepless gedreht. War es das System oder gab es zeitliche Probleme? Gab es irgendeinen Grund, warum du nicht dabei warst? Also der, ähm, der Bo hatte relativ lange wohl für mich gekämpft, so hat er es gesagt. Also ich habe es selber nicht mitbekommen, aber er hat erzählt, dass er längere Zeit versucht hat, mich da mit hineinzubringen. Er ist schon auch jemand, der dann sehr treu ist mit den Leuten, mit denen er sich umgibt. Auch, ich glaube, aus so einem Wohlfühleffekt heraus, dass er also sich halt einfach mehr auf seine Arbeit konzentrieren kann, wenn er weiß, da steht einer, den kennt er, den kann er mal hinschauen, dann ist der noch da. Also wie so eine Art, weiß ich nicht, den Rücken frei halten, ja, so ein Freund. Aber das Studio hatte von Anfang an eigentlich was dagegen. Das haben sie am Anfang nicht so wirklich durchgedrückt, aber irgendwann war es dann soweit, dass er ihm gesagt wurde, also wir müssen jetzt einen Kameramann finden und der Nick wird es nicht. Und dann ist es jemand anders geworden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich ist man da für so einen kurzen Moment, denkt man sich, ach, schade. Aber eigentlich war ich auch ganz schön erleichtert, weil UMI hatte, genau weiß ich nicht mehr, ich glaube, so um die vier Millionen Budget. Und Sleepless hätte dann 40 Millionen gehabt. Und ich weiß nicht, ich finde es ja schon auch toll, wenn man dann so weiter die Treppe hinaufsteigt. Aber das wäre irgendwie so, hinaufgeworfen zu werden. Und da hätte ich einfach auch sehr viel Respekt davor gehabt, wieder abzustürzen. Weil der Erste, der dann geht, bin ich. Und das wollte ich auf gar keinen Fall haben. Und dann bin ich aber, weil ich zeitgleich dann auch eine amerikanische Agentur hatte, von denen habe ich einen anderen Film angeboten bekommen. Da war dann nicht der Jamie Fox drauf, aber der Jamie Dornen. Und somit hatte dann am Ende dieses Sommers jeder einen Film mit einem Jamie gemacht. Er mit Fox, ich mit Dornen. Und damit war auch alles gut. Also der war dann, hatte dann nur 12 Millionen, war eine schöne, wie soll ich sagen, eine schöne nächste Stufe und international einzusteigen und sowas. Das war Jadedville oder? Genau. Wie wird es denn, Jadotville, Jadedville, wie wird es denn ausgesprochen? Jadedville. Jadedville. Ich muss, ich muss da gestehen, ich habe ihn noch nicht gesehen und ich muss dir auch gestehen, dass ich, als er rauskam, wohl keine, aber du sagst ja selbst, du postest viel zu wenig. Ich habe keine, dich nicht damit in Verbindung gebracht und keine Werbung von dir gesehen. Du hast dein Licht unter den Scheffel gestellt und hast gesagt, ach ja, nee, aber ich habe wirklich erst, als ich nochmal bei EMDB geguckt habe, weil ich habe dich nämlich lustigerweise, habe ich dich nochmal eingeordnet bei einem anderen Projekt, wo du aber gar keine Kamera gemacht hast. Zum Glück, weil ich die Kamera auch nicht so besonders filmisch und geil fand und zwar war das, wie hieß das Ding, Weinberg? Wein? Scheiße, weiß ich nicht, aber Franzen hat da Regie gemacht und da habe ich euch, weil ihr beide so hübsche Typen mit Bart und halblangen Haaren seid, habe ich euch durcheinander gebracht und Franzen hatte halt da Regie geführt. Hieß das Weinberg? Weißt du, was ich meine? Du meinst Armin, Armin Pflanzen? Ja, genau. Und der hat, der hat, scheiße, hieß das Ding, ich meine, das hieß Weinberg, das waren sechs Folgen und das war auch so ein, kam sehr gut an, das ist jetzt so ein Kult-Serien-Ding geworden. Gut, aber worauf wollte ich denn hinaus? Ich wollte eigentlich sagen, genau, dass ich dich erst, dass ich erst mitbekommen habe, dass du den Film, die internationale Produktion gemacht hast, nachdem ich dich nochmal bei IMDB gestalkt habe. Okay. Aber genau, das ist Verständnis, aber weißt du, so ein bisschen ist es ja so, dass maßgeblich eine gute Kombi von Regie und Kamera und maßgeblich für den Look bist du ja verantwortlich und wenn, wenn jemand, wenn Bo dann irgendwie nach Hollywood geholt wird, weil sie möglicherweise, es ist ja jetzt nur Spekulation, aber wenn sie jetzt sagen, du, wir haben da gerade UMI gesehen und irgendwie ist es ein echter, geil ist, er war tight und der Look war geil und dann zu sagen, ach, weißt du, was ist der Typ, der den Look gemacht hat, den nehmen wir gar nicht erst mit, wir nehmen hier, Also das ist leider ist es halt so, das ist halt diese Branche da. Die Amis schauen natürlich auch, die haben irrsinnige Budgets und die verteilen sie ganz gerne auch an diese großartig kreativen Leute, die halt hier aus Europa kommen. Mit einer anderen Sichtweise, mit einer anderen Erfahrung und anderen Aufwachsen, andere Kultur, anderes Licht etc. etc. Das finden sie natürlich alles ganz spannend und holen sie dann rüber, aber eigentlich ist es immer ein großes Risiko, weil es könnte ja sein, dass die eine andere Erzählweise haben, also viel mehr Arthouse, als es eigentlich der Amerikaner haben will. Und so gibt es ja auch immer wieder dieses Problem, dann aus der Sicht der Regisseure zum Beispiel, dass sie da drüben was machen wollen, aber das Studio an da und dazwischen hineinredet und sie eigentlich im Grunde nie den Film machen können, für den sie dann geholt wurden oder wegen ihrer eigenen Kreativität, wegen der sie geholt wurden, dass sie den nicht machen können, sondern immer nur irgendwas machen wollen, was die Amis eigentlich haben wollen, wo halt dann ein europäischer Name drunter steht. Ja, okay, ja verstehe ich. Ja, und was die Arbeitsweise angeht und deshalb für viele ist ja DOP immer noch so ein Ding, wenn in Amerika ein DOP gar nicht selber schwenkt und du hier in Deutschland, aber bei dir ist es so, du schwenkst noch selber. Ja, ich möchte es auch nicht aufgeben. Das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges, dieses in eine Geschichte sozusagen in einen Rahmen zu setzen. Ich finde es enorm wichtig, mit dem Framing die Konstellation von Personen zu zeigen. Also ich sehe mich als Kameramann, als visueller Unterstützer des Regisseurs, des Geschichtenerzählers. Und ich glaube, dass ich da die Art und Weise, wie ich den Rahmen setze, wie weit ich bin, wie eng ich bin, wie tight das Bild ist und so weiter, wie die Personen zueinander stehen, ob sie am Rand sind oder in der Mitte oder und so weiter, macht etwas unterbewusst beim Zuschauer. Das habe ich irgendwie in der Hand und deswegen tue ich mich da schwer, es irgendwie zu kommunizieren, weil vieles einfach auch ein Bauchgefühl ist. Das finde ich jetzt stimmig für diese Geschichte. Und so habe ich auch immer wieder mal Schwierigkeiten mit der B-Kamera, die leider heutzutage ja immer dabei ist. Es ist ja auch eine Chance, aber sie ist halt auch immer da und immer ein Kompromiss, dass ich dem jeweiligen Operator dann sage, nee, mach es nicht so, sondern zwei Zentimeter nach rechts, einen nach oben, so etwa. Also wirklich so pingelig. Aber das ist mir dann ganz wichtig. Es ist mir wichtig, dass es ein Bild im Bild sozusagen ist, einen Rahmen das Ganze hat, der nicht auf den Seiten irgendwie ausfranst oder das Bild nach oben hin offen ist oder sonst irgendwas, sondern dass es halt ein dichtes Bild ist. Und es wird dann natürlich noch schwieriger, wenn dann eine Second Unit ist, auf die ich keinen direkten Zugriff habe und so weiter. Muss man alles lernen. Das finde ich immer wieder mühsam, aber ich werde auch darin so ein bisschen besser. Aber deswegen möchte ich das eigentlich nicht abgeben, weil ich dieses momentane Gefühl über, das macht es der Schauspieler und ich bewege mich entsprechend dazu oder tanze vielleicht, kann man es so sagen, mit ihm da. Das ist mir was ganz Wichtiges. Und abgesehen davon mag ich es ja gerne. Ja, klar, total. Verstehe ich. Nochmal, hattest du denn in der Vorbereitungsphase zu Dark, hattest du irgendwie schon in Murin, dass das so abgehen wird? Also so, glaube ich, hat es überhaupt sowieso keiner sich vorstellen können. Also weder die Netflix-Leute als auch der Bo oder die Produktion oder sowas. Dass es etwas ist, was über die verschiedenen Kontinente hinaus und die verschiedenen Kulturen hinaus so wunderbar funktioniert. Weil es ist ja doch irgendwie deutsch, so wie es sich anfühlt, wie die Personen so sind. Aber es funktioniert genauso in Südamerika oder in Japan oder in Amerika und Spanien und so weiter und so fort. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, dass es so ist. Dass wir was Besonderes machen wollten, war klar von der Geschichte her. Und wir wollten auch, und das ist uns auch extrem wichtig gewesen, etwa so auf Augenhöhe uns bewegen, wie halt Bloodline und House of Cards und was die ganzen Sachen, die halt bei Netflix gelaufen sind. Nicht, dass es dann heißt, also wir haben diese großen Shows und dann gibt es da noch so ein deutsches Ding. Dark heißt es, glaube ich. Das ist schon irgendwie da so in diesen, sagen wir mal, in diese Netflix-Welt, das so hineinpasst. Ja, habt ihr ja Klassenziel erfüllt. Ich höre ja an deinem Akzent, dass du aus dem Süden kommst. Und ich weiß ja auch, dass du in München Kamera studiert hast. Erzähl doch mal, erzähl doch mal von deinem Werdegang vielleicht ganz kurz so zusammenfassend. Also ich kann, ich fange mal so an. Ich habe also meine Schule beendet und wusste nicht so richtig, was ich machen soll. Hat mir dann so gedacht, also einen Film fand ich immer toll. Und zwar schon seit ich etwa, wie alt war, 15 ist so ein bewusstes Erlebnis gewesen. Wenn man also Freitag der 13. anschaut und Freddy Krüger und alle so möglichen Filme, die man nicht anschauen soll, Gesichter des Todes, war da auch bei einer dieser Videonächte, die wir irgendwo in einem Haus immer von jemandem verbracht haben, der liberale Eltern hatte, hat einer Shining dahergebracht. Und da waren diese Aufnahmen, die Steadicam, hinter diesem Dreirad her. Ja. Und das habe ich gesehen und ich habe mir so gedacht, ich weiß nicht richtig, wie irgendwie, aber das muss ich machen. Und das war etwa mit 15 oder sowas. Und das habe ich dann ganz lange Zeit nicht gemacht. Auch aus so einem Angst oder Respekt heraus, dass mich im Film niemand braucht und wir von, was meine familiären Verbindungen betrifft, niemanden hatten, der wirklich im Film war. Und ich dachte, das ist so eine eingeschlossene Gesellschaft, da kommt man eh nicht rein, habt ihr es dann sein lassen. Dachte mir aber, dann gehe ich halt vielleicht so in die Werbung und mache es da raus. Grafiker konnte ich nicht werden, weil ich irgendwie zu schlecht im Zeichnen war. Also dachte ich mir, mache ich das über BWL. Das habe ich dann studiert, mal so angefangen und mich von der ersten Vorlesung mich gefragt, was ich hier mache. Typisch Münchner. Typisch Münchner, genau. Und habe es dann auch sein gelassen. Gut, gut, sehr gut. Danke, danke dafür. Und wollte also dann zum Film gehen. Und dann haben zum Glück meine Eltern gesagt, also nachdem ich da also so zwei Wochen dann daheim rumsaß und nicht so richtig, wieder bei den Eltern eingezogen, nicht so richtig wusste, haben die gemeint, also du kannst machen, was du willst, aber mach irgendwie was. Und dann habe ich also mich da ans Telefon gesetzt und habe bei Ari angerufen. Und um jetzt die Geschichte ein bisschen kürzer zu machen, irgendwann habe ich dann tatsächlich ein Praktikum bekommen bei einem Filmset von Dr. Stefan Frank als Beleuchterpraktikant. Geil. Und somit fußt also Dark auf Dr. Stefan Frank. Die Verbindung, die müssen wir auf jeden Fall bringen. Ganz kurz bevor du weiterredest, wenn ich es wieder vergesse, da du gerade Shining angesprochen hast. Ich bin ein riesiger Kubrick-Fan und gehöre zu den Leuten, die auch Shining komplett auseinanderdröseln und all die ganzen Verschwörungstheorien und seine Sublime Messages da irgendwie so rausholen. Und vielleicht treffen wir beide uns irgendwann nochmal zu einem Podcast und reden über Kamerarbeit von Kubrick. Das können wir gerne machen. Und bei diesem, um ein kleines Zuckerl sozusagen noch vorwegzunehmen, da erzähle ich dir dann auch, wie ich dem Stanley Kubrick die Hand geschüttelt habe. Hast du nicht. Habe ich schon. Da lebte der aber noch, hoffentlich. Ja, da lebte der noch. Nein. Aber das, hör mal, ich bitte dich, das Notiz, du kommst mir jetzt nicht. Du, nein, jetzt, ich habe Gänsehaut gerade, das gibt es hier nicht. Ja, das ist auch tatsächlich ein ziemlich tolles Erlebnis gewesen. Wobei natürlich im Nachhinein, soll ich es jetzt erzählen? Ja bitte, nee, komm. Also, ich war zu der damaligen Zeit, habe ich bei Ari gearbeitet, im Kameraverleih. Der Stanley Kubrick hatte Eisweit Schatt gedreht. Und dieser Film, wie ja vielleicht manch einer weiß, hat eine relativ lange Drehzeit gehabt. Es wurde immer länger und länger und länger. Und da gibt es ja auch diese Aussagen, dass es irgendeinen Take gäbe mit Tom Cruise, in dem er 90 Mal oder noch öfters irgendwas wiederholen musste, weil der Herr Kubrick halt nicht zufrieden war. Naja, auf jeden Fall, wir damals, also bei Ari im Kameraverleih gearbeitet, als so Junior-Kameratechniker, wenn du so willst, nach meinem Praktikum. Und dann, wir hatten damals die Lieferscheine alle noch per Hand geschrieben. Und es war so ein richtig dickes Bündel von Lieferscheinen. Keiner hat mehr so richtig gewusst, was eigentlich was ist. Es wurde immer alles hingeliefert, zurückge... Also, Ari München hat den ausgestattet und hat ihm die ganzen Sachen ge... Die hatten eine enge Verbindung schon immer, Ari und Stanley Kubrick. Und so wurden die Sachen sozusagen immer von Ari München geschickt. Und am Ende, als der Film dann vorbei war, wollten die das ganze Zeug zurückchecken, aber keiner hat sich mehr ausgekannt und die Schrift konnte auch keiner lesen und das Deutsch, was da drin stand, hat auch in England keiner verstanden. Also hieß es, es soll jemand rüberfliegen und mit denen das zurückchecken. Und dann hat man sich zu mir umgedreht und gesagt, warst du schon mal in London? Und dann saß ich also eine kurze Zeit später im Flieger mit diesem Bündel Lieferscheinen und sollte da das zurückchecken mit den Kameraassistenten. Und da kam es also so, dass wir da in diesem Studio saßen, nebenan diese Wohnung von dem Anwalt von ihm, wo der Billard... Da gab es zu einem so ein großes Zimmer, wo so ein Billardtisch drinsteht und so was. Also das alles nebenan, gebaut da so. Also durfte man keine Fotos machen, leider. Und ich saß also da so am Rand mit den Kameraassistenten und wir haben also diesen riesen Wust an Kameraequipment und Optik und allem Möglichen gehabt und haben also auf dem Lieferschein so die Häkchen so durchgestrichen. Auch ein lustiges Erlebnis, dass ich dann zu so einer Optik kam und dann gesagt habe, dann fehlt da noch diese Optik hier. Und dann sagt so der Kameraassistent, ja, die hat dem Stanley Kubrick sehr gut gefallen, die geht nicht zurück. Und das war auch so ein Erlebnis für mich, wo ich dachte, ah, also so viel Macht kann jemand haben, dass er dann sagt so, nee, die Optik, die geht jetzt nicht zurück, die bleibt hier. Wir reden da von einer Summe von ungefähr schon ein paar Tausend. Also ich glaube schon so um die 20 oder sowas, ja. Schön. Also vielleicht war das ein älteres Ding und dadurch besonders oder sowas, aber ja. Naja. Na, auf jeden Fall war dann so Mittagspause und wir bewegen uns also so in diese Seitengänge dieses Studios und stehen da so vor der Kaffeeküche und haben dann so überlegt, ob jetzt noch was zum Essen gehen soll. Dann habe ich gesagt, gut, ich gehe noch schnell auf die Toilette. Ja, die ist da hinten den Gang hinunter. Ich laufe so diesen Gang entlang und dann ist eine Tür, die so leicht angelehnt ist, wo man aber so einen Spalt hineinschauen konnte. Da drinnen waren so graue Ausziehaktenschränke und an einem dieser Aktenschränkes steht Stanley Kubrick in seinem grünen Parka mit seinem verzausten Bart und Haar und schaut in diesen Stand hinein. Und mir klopft das Herz bis zum Hals. Ich bin auf dieser Toilette gar nicht richtig in der Lage gewesen, das zu machen, wegen was ich da war. Und gehe wieder raus und gehe zum Kamerassistenten und sage so, I saw Stanley Kubrick, I saw Stanley Kubrick. Und dann sagt er, ja, komm, ich stelle dich vor. Und dann ist mir noch viel mehr Angst geworden oder Ehrfurcht oder was auch immer. Und dann kam er also aus diesem Zimmer tatsächlich auch raus, geht zu diesem Gang hinunter, kommt auf uns zu und dann sagt der Kamerassistent, hey, Stanley, that's Nick here from RE Munich, he's checking back the equipment with us. Und Stanley Kubrick hält so die Hand nach vorne und schüttelt meine. Und dann stehen wir da so voreinander und dann sagt er zu mir, ja, hier, I was wondering, das 18mm Objektiv, was wir ihm geschickt haben, warum denn da eigentlich auf dem Schärfenring nur so wenig Einzeichnungen drauf sind. So von den Schärfenmarkierungen. Und ich hatte damals mitbekommen, dass es tatsächlich da ein Problem gab und dann hat Ari da noch welche so mit Körner so dann persönlich hineingeklopft, einer von den Technikern. Und dann sage ich, ja, I know, wir arbeiten dran und habe mitbekommen, dass sie da nicht ganz zufrieden sind und so weiter. Und dann sagt er, ja, ja, super, danke. Und das war's. Und dann dachte ich mir natürlich, und dann ist er gegangen und ich stand da und war, ich weiß nicht, den ganzen restlichen Nachmittag finde ich so ein bisschen auf einer Wolke so gesessen und es war alles gar nicht mehr richtig real und habe mir natürlich gedacht, Mensch, ich hätte ihm eigentlich so gerne gesagt, dass ich diesen Film so toll fand und wie der mich beeindruckt hat und dass ich im Grunde genommen hier auch jetzt da bin, wo ich bin oder dass ich hier stehe, weil ich seinen Film so toll fand und diese Steadicam-Geschichten und so weiter. Habe es natürlich nicht gemacht. Aber, ja, Wahnsinn. Puh. Und sag mal, du erzählst diese Geschichte wahrscheinlich, musstest du es an jedem Set einmal erzählen, oder? Nee, ich habe sie schon lange nicht mehr erzählt. Oh, dann bauchpinselt ich das jetzt hoffentlich. Also mir? Nee, ich klebe an deinen Lippen. Ich finde es Wahnsinn. Hast du denn, sag mal, darf ich noch mal ganz kurz fragen, hast du denn ein, hast du ein Kameramann? Also so ein Kameramann, viele haben ja immer, bei Regie ist man immer schnell und bei Schauspielern und hast du denn Kameramann als Vorbild, wo du sagst, leck mich am Arsch eigentlich? Also so zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich würde jetzt sagen, Robert Richardson zum Beispiel ist so ein Typ, wo ich sage, scheiße, ist der cool. Also für mich gibt es den natürlich auch. Für mich ist es Roger Deakins. Den finde ich einfach den, den großartigsten von allen. Es gibt so ein paar junge Leute, die jetzt da so nachkommen, die ich bewundere. Es gibt natürlich auch noch neben Roger Deakins noch viele andere. Aber was mir bei dem so gut gefällt, ist, also er kann natürlich toll mit Licht umgehen und alles, aber dass er so eine klare Kamera hat, ohne Firlefanz, da gibt es nichts, was im Vordergrund da rumdengeln muss oder eben sonst irgendwas, sondern es sind klare Bilder, die die Geschichte und wieder die Vision des Regisseurs eigentlich unterstützen. Und das finde ich so besonders toll. Und auch wieder das Framing, dass man, dass das immer stimmig ist. Er versucht auch, also von dem habe ich es ja eigentlich, diese Rahmen, dieses Bild im Bild, das einzurahmen, dass es nicht irgendwie auf den Seiten ausläuft oder sonst irgendwas, sondern dass es immer einen, ja, einen wirklichen Rahmen hat, das Ganze. Und ich finde auch, man kann eigentlich alle Filme, die er so in den letzten 15 Jahren gemacht hat, jedes Bild, eigentlich nehmen, jeden Frame und irgendwo an die Wand hängen. Und es ist immer ein stimmiges, tolles Bild. und das finde ich, da ist er einfach einzigartig und in einer Qualität über all diese Filme hinweg, die seinesgleichen sucht. Ja, absolut. Ich habe, ich hatte mich einmal ganz kurz reingelesen, ich weiß nicht genau, wo, und zwar hat Roger Dickens über das Licht letztens noch bei, in der Neuverfilmung von Blade Runner geredet. Ja. Und leck mich am Arsch. Also das war, es gibt ja, es gibt mittlerweile so wenige, wenige Filme, für die ich irgendwie so ins Kino gehen muss, gefühlt. Weil es einfach, ich kaufe mir die halt immer sofort, wenn sie dann irgendwie bei, und mittlerweile ist es ja kurz, aber das Ding, das war auch die Ruhige, einfach diese, die, ja, Roger Dickens Kamera bei dem Film war für mich nochmal so, okay, vielen Dank dafür und fand es noch echt spannend, noch hinzugucken und ich meine, die geizen ja dann, wenn das Budget da ist, auch nicht mit Licht und dann waren ein paar Konstruktionen dabei, also wirklich, leck mich. Diese, du sprichst von diesem Riesenkreis, der dann da mit, ja. In der goldenen, in dem, in diesem goldenen Setting, Wahnsinn. Also das ist natürlich auch, also alleine diese Dimension ist so unglaublich, das stimmt, aber die Art und Weise, was er so macht, macht er schon ganz lange Zeit. Er hat früh angefangen, so viele Lampen oder so Lichtkonstruktionen selber zu bauen, also dieser Ring, den es da gibt, gab es schon in vielen anderen Filmen in kleinerer Form, als einfach nur rund oder, oder eckige Holzkonstruktionen, Kreise, die ganz viele Lampenfassungen haben, in denen dann immer so nach außen hin gehen, so wie so eine Art Torte in der Mitte, die hellste Lampe und dann, also sagen wir bei 500 Watt, dann drumherum ein Kreis mit 200 Watt, dann mit 100 Watt, dann mit 60, mit 40 und so weiter, nach außen hin abfallen, solche Dinge hat er ganz oft in irgendwelche Sets hineingehängt, so, das ist, ja, also im Grunde genommen ist, wie man so oft sagt, also von einem kleinen Film zum großen Film unterscheidet sich nur, dass jetzt mehr Lampen dasselbe machen oder die Lampen größer werden und dasselbe machen, so, und vielleicht ist es da in dem Fall auch so. auf der anderen Seite ist natürlich diese Konstruktion auch wieder so besonders, das wäre auch nicht, da gibt es bestimmt auch andere Kameraleute, die Blade Runner toll fotografiert hätten, aber dass er dann so etwas macht, das ist halt auch wieder ihm irgendwie so ein bisschen zu eigen, mit seinem Nachdenken über Licht. Toll. Ne, das ist schön, ich finde das vor allem auch interessant, was andere, was D.O.P.s, über andere D.O.P.s denken und, und Degens ist doch jetzt mittlerweile, der kratzt doch jetzt auch an der 70 fast, oder? Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ja, ich glaube schon das, ja. Sag mal, reizt dich denn, wo wir gerade bei Robert Richardson waren, reizt dich Film, weil du weißt ja, ich ja, ich mit meiner analogen Fotografie und dem Ganzen kam, reizt dich Film gar nicht oder würdest du, wenn jetzt ein Projekt käme und die sagt, ey, ihr könnt das auf Film drehen, hast du da, juckt es dich da in den Fingern oder wie siehst du das? Also das ganze Anfangszeug, was ich gemacht habe, war ja alles auf Film, also der Who M.I. war der erste Film, den ich digital gedreht hatte, also ich habe schon noch was damit zu tun gehabt und finde das nach wie vor auch was unheimlich schön ist, also die Art und Weise, der Abfall von den Lichtern etc., also all diese ganzen Vorzeile, die halt Film hat, die finde ich schon einfach toll und würde da auch gerne einen Film nochmal mit Film drehen. Es wird aber immer schwieriger, vor allem in Deutschland, weil halt es gibt halt, soweit ich weiß, kein Kopierwerk mehr hier. In Frankreich hat jetzt wieder erst eins zugemacht, also das heißt, der ganze Film muss immer alles noch irgendwo hin verschifft werden und dann ist es mit den ganzen Kopien und Entwicklungen und lauter so ein Zeug. und die Art und Weise, wie heutzutage auch gedreht wird, ist, dass du schon auch einen Regisseur brauchst, der weiß, okay, das geht langsamer, das dauert länger, wir können nicht den Take hundertmal wiederholen in einem Take, also ohne, dass unterbrochen wird und ausgeschaltet wird dazwischen und all diese Sachen. Also wie gesagt, wenn all diese Dinge stimmen, dann würde ich es gerne wieder machen, ja. Ja, mein, mein, oh, hörst du das? Kannst du das hören? Nein. Ja, gut, weil irgendwer bohrt hier gerade, der hört sich sagen, als würde der gleich durch die Wand kommen. Ich hoffe, das tut hier unserem Sound nichts. Sitzt du weit genug weg? Ja, kommt drauf an, wie lang der Bohrer ist. Ich meine, die OP Ingo, der hat sich auch gerade noch eine SR2 geholt, damit wir hier schön spielen können und irgendwie ist es keine Ahnung. Mich macht das von der Haptik und so, mich macht das schon an. Ich finde das ganz, ich finde das ganz schön. Aber wir dürfen gar nicht in die Gefahr raten, über mich zu reden. Ihr habt, wo wir gerade bei Degens waren und nochmal bei einem anderen tollen D.O.P. Nick Summerer, der hat doch, also so, hilf mir, weil es interessiert mich auch immer nur so zu einem gewissen Teil bei anderen Produktionen, die haben doch mit einer, haben die mit einer 465, ich weiß nicht, mit welcher Ari die, die Degens da gedreht hat, aber du hast doch, du hast doch Dark mit einer, Alexa 65 gemacht. Mit der, genau, die Alexa 65, so war es. Ist das, war das das erste Mal, dass du mit der gearbeitet hast? War das irgendwie ein großer, Entschuldigung, das war das erste Mal, ja. Das ist daher gekommen, Netflix hatte vor einigen Jahren noch, als wir angefangen haben, die Vorgabe, dass man mit einer Kamera drehen muss, die 4K nativ aufnimmt. Und das war zu der damaligen Zeit die Red oder eine Sony oder ich glaube Panasonic ist auch gerade rausgekommen mit einer 4K Kamera und das war es. Und ich wusste ab der Berlinale 2016, dass wir dieses Ding machen würden und habe dann gleich bei Ari München angerufen, zu dem ich einen sehr guten Draht habe und gefragt, ob denn da irgendwas käme. So, jeder hat darauf gewartet, dass Ari jetzt dann allmählich mit einer 4K Kamera nachzieht und dachte mir, vielleicht gibt es ja da irgendwas, was dann von uns auch mal getestet werden könnte. Und dann kam das mit der Alexa 65 zur Sprache, was ich anfangs ganz absurd fand, weil eben die anderen Filme, die drauf gedreht werden, zum Beispiel sowas ist wie Blade Runner. Und dann dachte ich mir, also das, was der Roger Deakins macht oder was die Produktion hier mit Blade Runner macht, das kann man jetzt nicht unbedingt budgetmäßig oder vom Aufwand oder von der Geschichte vielleicht mit dem vergleichen, was wir machen. Also das kann man uns ja gar nicht leisten. Aber es war letztendlich, ich habe es dann trotzdem so ein bisschen getestet und dem Bo immer wieder gezeigt und der Bo in dem Fall sehr gut auch. Also erstens ist er ein sehr visueller Regisseur, zweitens will er eine hohe Qualität haben von dem, was er da macht. Er ist noch dazu, also jetzt in dem Fall Showrunner, der Erschaffer sozusagen von diesem ganzen Ding, der Regisseur und auch noch Produzent, hat also da auch noch Mitsprache. Das heißt, sein Wort hat schon erhebliches Gewicht. Und der hat diese Sachen gesehen und hat gesagt, ich will auf dieser Kamera drehen. Geil. Und dann dachte ich, gut, wenn ich also jetzt da jemanden habe, der das in dasselbe Horn bläst, dann werde ich versuchen mit Ari, wie gesagt, die sind sowieso auf meiner Seite gewesen, da versuchen, dieses Ding irgendwie möglich zu machen. Und dann war halt immer die Alternative Red und Bo hat Red richtig gehasst und ich war jetzt auch nicht der größte Freund davon und deswegen ging es dann ganz gut, dass man halt, ich habe mich dann reduziert, in bestimmten Equipment, was ich dazu genommen habe und so weiter. Und dann kam es letztendlich zu dieser Kamera. Darf ich nochmal da einsteigen? Und zwar ist es so, dass die ewige Diskussion, ob Red oder mit einer Amira oder mit einer Alexa, war es also zum einen, ganz am Anfang war es so, dass ich ein paar alte Kameramänner, wie Tony Mitchell und so, hier unsere Werbekameramänner, die wir in Hamburg so haben, die eher mit der Argumentation kamen, es ist halt so, dass ich mich nicht wirklich umgewöhnen muss, ich gucke weiter durch ein Okular. Das sind die Sachen, warum ich bei Ari bleibe. Dann ist es so, dass Red ja irgendwie, keine Ahnung, bei 800 ISO anfängt zu, also wohl doch wesentlich lichtunempfindlicher ist als so eine Alexa. Was würdest du als Kameramann, wenn jetzt der Regisseur sagt, du, sag du doch mal, wie und jetzt, sag mal, Bo hast die und du bist jetzt so, geht so. Was sind denn für dich, würdest du sagen, sind die Unterschiede? Also, ich würde auch immer tendenziell zur Alexa greifen. Hier bei Chatterville, das habe ich auf der Red gedreht, da hatte ich auch vorher die Sony und die Red getestet, weil es war eben damals, 4K, native Kamera muss sein und damals gab es die 65 noch gar nicht, das heißt, das hätte sowieso gar keinen Weg dahin geführt, dass wir es mit Alexa drehen. Damals war auch Netflix noch so, dass der Regisseur dann kam und gemeint hat, nein, das war so ein Werberegisseur, der eigentlich alles mit Arima gemacht hat und immer alles Alexa dann so die letzten Jahre so gekommen ist zu Netflix und gesagt hat, aber das geht nicht, wir können das nicht auf Red drehen, wir müssen das auf Alexa drehen und dann saßen die da wohl sehr ruhig, habe ich erzählt bekommen und haben zu ihm gesagt, weißt du, jedes Mal, wenn einer hier ein Projekt macht mit uns, dann kommen die Leute und sagen, wir müssen das auf der Alexa drehen und dann sagen wir immer, aber die ist nicht 4K, also geht das nicht und jetzt kommst du daher und wir sagen wieder nein. So ähnlich ruhig muss das abgelaufen sein, fand das ziemlich interessant. Also das hat dann bei uns nicht geklappt. Ich hatte dann mit dem John Toll gesprochen, der Sense8 gemacht hat, da waren Verbindungen von dem Team, in dem ich gerade war, zu ihm, der Sense8 gemacht hat und habe mich mit ihm längere Zeit unterhalten über die verschiedenen Kameras und habe dann selber für mich getestet und er hatte sich für die Sony damals entschieden, aber die hat mir zu künstlich ausgeschaut und deswegen fand ich, dass die Red für das, was wir gemacht haben, dieser historische Film aus den 60ern sozusagen, das besser dazu gepasst hat, ein filmischeres Bild mir gegeben hat. Was das Ergebnis betrifft, wo sie die Unterschiede hat, das du ja gefragt hast, also die Red, da muss ich mir jetzt wieder aufpassen, weil es gibt ja Kameraleute, die auch mit der Red ganz ordentlich umgehen können. Vielleicht gehöre ich da noch nicht dazu oder habe, also das Ergebnis war ein bisschen nicht zufriedenstellend, weil die Hauttöne, die dann da rauskamen, in Verbindung vor allem so mit Glühlicht, geleuchtet und so weiter, die dann immer auch so in so ein Gelb kippen, auch so Highlight-Geschichten, die in so eine andere Farbe kippen, mir überhaupt nicht gefallen hat. Es war so ein Magenta-Hu dann immer irgendwie noch so ein bisschen dabei, so was gelblich ist und so weiter. Und das finde ich nach wie vor nicht so besonders schön. Die Neuen sollen jetzt wohl ein bisschen besser sein. Ich weiß es aber nicht so richtig. Ich habe schon auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass die Filme von Fincher deshalb so alle so einen Grünstich haben, weil da halt die Kamera irgendwie dann am besten ausschaut, wenn man so einen Grünstich haben will. Weiß ich nicht, aber so habe ich immer so ein bisschen den Eindruck. Machst du denn, wenn du am Set bist, jetzt sagen wir mal, für die Regie oder für dich, um dir ein Bild zu machen, arbeitest du denn irgendwie mit, hast du da schon Latz, die du einsetzt, wo du sagst, damit wir jetzt schon mal ab oder drehst du flach und sagst, das kann alles der Kolorist machen? Nee. Ich habe eigentlich immer eine Latz gehabt, die so ein bestimmtes Aussehen hatte, aber immer nur eine. Und alles andere, also die hat einen bestimmten Kontrast gehabt, die hat eine bestimmte Farbigkeit gehabt und vielleicht so ein klein bisschen Safety noch. Also sie war ein klein bisschen dunkler als das Material eigentlich gewesen wäre, um allen Beteiligten hier so ein bisschen den Eindruck zu vermitteln, in die Richtung wird es gehen, weil das Rec. 709-Bild finde ich einfach nicht schön. Da kann man, da ist, ja, also deswegen ist so eine Latte einfach irgendwie so ein bisschen gefälliger. Bei der ersten Season habe ich das auch so gemacht. Da war damals auch noch die Idee, dass wir für die verschiedenen Zeiten sehr, sehr subtil mit der Art und Weise der Farbverarbeitung umgehen. Deshalb, dass wenn Leute in die Höhle gehen und aus der Höhle rauskommen, dass man nicht sofort sieht, aha, hier ist jetzt alles gelb, da war alles grün, da ist jetzt alles blau. Dass man nicht das Gefühl hat, alles ist eine andere Zeit, sondern dass man das sozusagen mit den Charakteren, in dem Fall Mikkel, der ja der Erste ist, der da irgendwo anders rauskommt, dass man das eher so ein bisschen langsamer mitbekommt. Im Film selber ist es dann ein bisschen anders gewesen. Also wir haben dann ein bisschen mehr Gas gegeben, als wir ursprünglich gedacht hatten. Einfach auch deshalb, weil beim Zuschauer ist es ja durchaus auch eine komplizierte Geschichte. Wenn man es wirklich nur so ganz in kleinen Nuancen gemacht hätte, dann wäre es noch komplizierter, glaube ich, gewesen. Und so konnte man sich immer wieder ein bisschen was orientieren, wo man gerade ist oder wo die einzelnen Personen gerade sind. Ja. Und deswegen, das war so die Idee dort. Und jetzt in der zweiten Staffel, die wir gemacht haben, da war es so, dass ich dann mit mehreren Latz gearbeitet habe, dass man auch da halt an den Monitoren immer schon sieht, was los ist. Die sind dann auch auf die ganzen Muster sozusagen entsprechend draufgelegt worden. Und das war mir wiederum wichtig, weil wir ja hier Leute haben, den Bo, der schon auch da sehr, sehr speziell wissen wollte, was denn da so am Ende dabei rauskommen soll. Aber auf der anderen Seite um die halbe Erdkugel herum in L.A. Leute sitzen und irgendwas sehen wollen und die ja dann auch durchaus sagen können, zu hell, zu dunkel, sonst irgendwas, was sie übrigens nie getan haben. Aber die zumindest auch eine Idee haben wollen, was denn dabei rauskommen soll. Ich muss noch mal fragen, drehst du denn, bist du mit Fiktion so ausgelastet, dass du gar keine Werbung drehst oder hast du mal Werbung gedreht oder sagst du einfach nur, es interessiert mich gar nicht? Doch, es würde mich schon interessieren. Ich drehe auch hin und wieder Werbung. Leider muss ich sagen, ist es eigentlich ein bisschen wenig. Es liegt öfters auch mal daran, dass immer dann, wenn ich für irgendjemanden interessant war, also nach, immer wenn so ein Film rauskam und einen gewissen Erfolg da war und die Leute auf mich aufmerksam wurden, dass ich halt dann immer keine Zeit hatte und dann auch tolle Regisseure halt danach sich jemandem anders zugewendet haben und ein halbes Jahr später hatten sie halt mich dann nicht mehr auf dem Schirm. Und die Sachen, die ich gemacht habe von der Werbung, sind leider jetzt auch nicht so Hammerspots, wo man sagen kann, oh wow, mit dem muss man jetzt unbedingt arbeiten, sondern es war halt auch schon mehr so Brot- und Buttersachen dabei. Ich würde aber gerne mehr da machen. Es gibt auch viele Regisseure oder Kameraleute, vor allem halt auch im Ausland, wo die Werbungen an sich mehr Druck haben und spannender sind oder lustiger sind oder sich mehr getraut wird. Da gibt es viele Leute, die ich also sehr, sehr bewundere in den Arbeiten, die sie machen, auch in der Radikalität, die sie es machen. Aber hier komme ich nicht so richtig rein in die Geschichte. Ja, und also die Frage wäre dann auch so ein bisschen jetzt, ich kann mir ja vorstellen, du bist ja, wenn du maßgeblich für das Bild und für den Mood bei Dark dann auch mitverantwortlich bist und dass du da beim Grading die ganze Zeit dabei sitzt. Nochmal hier, falls wir, wir reden von Lutz und Grading und so, also für die Leute da draußen, die das spannend finden, aber keine Ahnung haben. Also Grading ist die Farbkorrektur und der liebe Nick, der war die letzten Wochen in der Farbkorrektur und ist jetzt fertig. Und da hast du ja einfach ein großes, großes, da sprichst du ja mit, das ist in der Werbung aber auch ganz oft so, dass das Grading gemacht wird von einem Typen und der Kameramann, das machen die dann immer ernsthaft mal ohne den. Und ist das irgendwie so, lässt du da los oder schickst du demjenigen Moods vorher und sagst, bitte, bitte, das muss so aussehen. Also dadurch, dass die Werbungen, die ich dann da auch öfters gemacht habe, jetzt so sind, dass man sagen kann, gut, da ist jetzt, hängt mein Herz nicht bis in die tiefsten Tiefen dran, sondern das ist halt dann, das ist ganz, nett, ist es mir vielleicht nicht ganz so wichtig, wie es sein sollte. Ich finde es aber trotzdem, ich habe jetzt angeboten, letztes Jahr zum Beispiel waren so Werbungen, die ich gemacht habe in Hamburg, dann habe ich gesagt, gut, dann sehen wir uns ja wieder beim, das war das erste Mal, dass ich da sozusagen nicht eingeladen wurde, ich habe gesagt, gut, dann sehen wir uns ja wieder beim Color Grading in einer Woche und dann sagen die so, nee, dann sage ich, aber, na, ich weiß schon, ich bin ja pauschal alles so bezahlt, dass ich da nicht extra was noch bekomme, aber Zugticket halt und sowas, dann meinen die so, nee. Und dann liegt es also daran, dass ich sozusagen meine Zeit auch gerne hergebe dafür, dort zu sein, um das Produkt bis zum Ende mit zu, wie soll man sagen, überwachen, vielleicht, ja, aber zu begleiten, genau, dass es halt auch dem Kunden entsprechend das beste Ergebnis liefert und dann scheitert es daran, dass ein Zugticket nach Hamburg 150 Euro kostet oder sowas und das dann nicht gezahlt wird. Und das muss ich sagen, finde ich schon irgendwie ziemlich traurig, dass es so ist, dass es so weit gekommen ist und dann denke ich mir, naja gut, also wenn es das dann doch so wenig wert ist, dann vielleicht ist es dann auch mir wurscht. Das ist furchtbar. Ja, also finde ich auch und es ist ja, wie gesagt, in meinem Fall, es waren jetzt nicht so riesen Werbungen, aber mir wurde dann erzählt, dass das bei anderen Kollegen, die aber auch, also für Autofirmen und so weiter, wo dann früher mit der Farbtafel neben dem Monitor gestanden wurde, dass du mit dem, weißt du, mit dem Farbfächer, ob das auch wirklich so passt und das ist so ein Zeug und ganz genau und 100 Leute haben es abgenommen, dass selbst diese Leute heute, dass das da auch, die Kameraleute auch nicht mehr hin dürfen. Das verstehe ich nicht. Also es ist mir ein Rätsel, warum es so ist und wie gesagt, die paar Mark, die dann da noch verschwendet werden für diese Person, sind doch wirklich gut eingesetzt, oder? Voll, eben nicht verschwendet. Deshalb, nee, sag mal, wo wir so bei den Looks sind und kann ja sein, also gerade, wo du meintest, Sense8 zum Beispiel, war für mich jetzt alles sehr sauber und mir auch ein bisschen zu bunt und so. Machst du denn, hast du jetzt so, ich meine, wenn man jetzt sagt, wir knallen überall ein Black Promised vor, damit es zumindest nicht ganz so videomäßig aussieht, hast du da sowas, wo du sagst, das sind eigentlich so Filter, mit denen ich gerne arbeite, damit das, damit es ein bisschen auf das Vitale wegkommt oder sind es eher Linsen bei dir? Filter benutze ich überhaupt nicht, also ND-Filter schon, vielleicht sogar mal ein Polfilter, aber mit dem habe ich auch irgendwie so eine Hassliebensituation, mal von der Werbung kommend und Soft-Filter nehme ich überhaupt gar nicht her, weil, da weiß ich nicht, die machen irgendwas mit dem Bild, was ich dann nicht mehr so richtig in der Hand habe, was ja auch was Schönes sein kann, aber, aber, nee, also bei mir ist es tatsächlich, geht es dann um die Optiken. Ich habe, was jetzt dieses, diese, die Dark-Geschichte betrifft, viele Tests gemacht mit, also da ist ja der Sensor ein bisschen größer, das heißt, es passen gar nicht alle Optiken da drauf und habe viele Tests gemacht mit den Optiken, die alle drauf passen, was denn jetzt für Dark und für meine Vorstellung von dem, wie es aussehen könnte, das Beste wäre. Und da, also da sind Leica Optiken dabei gewesen, Zeiss, Schneider, was weiß ich, also lauter Zeug und wir haben uns letztendlich für ältere Zeiss Optiken entschieden, Ultra Primes heißen die, eine Serie, die ich damals beim Film oder sowas mit Werbung oder sowas gar nicht so toll fand, aber die jetzt hier in Verbindung mit diesem Sensor ein sehr schönes Ergebnis geliefert haben, finde ich, weil sie eben, die haben etwas Weicheres, aber haben trotzdem noch so einen Druck und haben eine schöne, bieten eine schöne Dreidimensionalität irgendwie, was ich zum Beispiel, ich habe die Summilux von Leica getestet, die Filmoptiken, mir da überhaupt nicht gefallen hat. Da war ich richtig enttäuscht, traurig, weil das, was man aus der Fotografie so kennt, mit diesen Optiken hier gar nicht wiedergegeben wurde. Also, ja, und deswegen, die Optiken, die, die Zartheit, die sie sozusagen dann da, was man vielleicht hin und wieder in den Bildern findet, bei Hauttönen oder den, wie die Geschichte so sind, der Abfall, das machen also diese Optiken und da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja, Wahnsinn. Also, es gibt durchaus auch Optiken, wo du ganz klar sagst, hör auf, das verstärkt nur noch das, was mich eh an der Überschärfe nervt. Und, also, genau, man kann das natürlich auch hinterher immer so ein bisschen noch im Colorgrading zurücknehmen und überlegen mit irgendwelchen Filtern und sonst irgendwas, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten mittlerweile. Und, ja, ich, also das ist ja der Trend dahin, dass viele Leute zum Beispiel mit Anamorphoten wieder gedreht haben, ist ja zum einen, dass man diesen Look so toll fand, dass es im Hintergrund einen bestimmten anderen Schärfenabfall hat, dass die Lichter irgendwie anders, eine andere Form haben und so weiter. Aber es liegt auch daran, dass man dieses Digitale, diese, diese, dieser Unterschied zwischen der scharfen Kante eines Objekts und dem, was daneben liegt, dass man den weicher haben wollte, dass also diese Schärfe nicht so da ist. Genau. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich bei den Sony-Kameras immer gesehen habe, jetzt die neue soll auch anders sein, aber, aber bei den ganzen alten, dass es, dass man immer das Gefühl hat, es schaut eigentlich eher aus wie eine, wie eine Doku, als wie ein, ein Film. Und für mich ist es auch so, dass ich einen Film eigentlich gerne so ein bisschen eine Überhöhung von der Realität haben will. Ich will nicht das sehen, was ich sowieso sehe beim Nachbar oder bei mir in der eigenen Wohnung oder sonst was, sondern ich will gerne irgendwas sehen, wo ich so ein bisschen, ja, im, im, im Kinosessel sitze und da oben auf die Leinwand schaue und da sind dann Helden und Prinzessinnen und so ein Zeug. Ja, absolut. Absolut. Ja. Und deswegen, deswegen war, bin ich eigentlich auch mit dem, mit der Alexa, wie die dann das auflöst und so weiter, das fand ich, äh, fand ich sehr schick. Ja, ja, schön. Ähm, aber du hast, ähm, 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 äh, ne, was wollte ich denn, äh, muss mir mal ganz kurz nochmal hier das Ding wegmachen. Ähm, hast du denn, ist, ist dir denn mal am, Set bei so einer großen Produktion mal richtig scheiße passiert? So als, als D.O.P., der ja wirklich eine große Verantwortung trägt, war mal irgendwie, ist dir mal irgendwas passiert, wo du sagst, um Himmel, also, zwar korrigierbar, aber wo du gesagt hast, ach du Kacke, ähm, jetzt wird's, brennzig, irgendwie lagst du mal voll daneben mit der Schärfe, ist einfach mal irgendwas Spannendes, am Set passiert, wo du sagst, alles klar, da ging der, ähm, oder, äh, als, bist du fehlerlos. Als, äh, als Kameramann nicht, nee, fehlerlos bin ich überhaupt nicht. Für mich ist auch zum Beispiel, ähm, Color Grading oder sowas, das ist ja irgendwie, da sitzt man da so, im bequemen Sessel, mit einem Kaffee in der Hand und schaut so diese Bilder an und das Bild steht dann immer und dann wird das da so bearbeitet. Also, ja, Photoshop für, für Laufbilder. Ähm, und dann sitzt man da und schaut dieses Bild so an und man wird eigentlich permanent mit dem, was man nicht erreicht hat, um es perfekt zu machen, konfrontiert. Und das finde ich eher, ähm, durchaus auch mal schmerzhaft so. Also man erinnert sich, warum es an dem Tag nicht gescheit lief oder warum das Bild jetzt so ausschaut, warum es unter- oder überbelichtet oder sonst irgendwas wäre, wenn das passiert oder sonst irgendwie Sachen. Das, ähm, das kann durchaus auch mal schmerzhaft sein. Ne, als, als jetzt aber mittlerweile ist es so, ähm, man sieht ja eigentlich immer gleich, was da ist. Also durch die, durch das Digitale weißt ja eigentlich immer schon, äh, wie das Bild dann aussieht. Ja, klar. Also da ist weniger, bis jetzt als, als Kamerassistent, das ich auch mal gemacht habe, wo ich übrigens fürchterlich war und deswegen auch die, die Arbeit der Kamerassistenten jetzt sehr, sehr schätze und versuche die, so weit es geht, irgendwie hinein zu, ähm, einzubinden und, und denen immer wissen zu lassen, wenn ich irgendwas ändere hier, weil ich deren Arbeit so schätze und wie gesagt, so fürchterlich selber war, ähm, als Kamerassistent habe ich ein paar, ein paar Böcke geschossen, so, das auf jeden Fall. Jetzt habe ich, also es gibt aber auch so Tage, jetzt nur um mal zu sagen, wo man daneben lag, ähm, es gab einmal, äh, eine Location in dem Polizeipräsidium, das es da gibt, in, in Dark, da war eine Situation und da hatten wir uns gedacht, okay, jetzt sind wir dann am zweiten Tag drin, jetzt machen wir es mit dem Licht mal irgendwie anders, wir gehen hier, machen hier so ein Toplight daher und, und filmen das dann so und so und dann hat sich also die Probe ergeben und dann war das, haben wir das alles aufgebaut und das so gemacht und wir drehen das und wir haben die Totale und wir springen näher ran und wir haben so Dolly-Zufahrten und irgendwas und wir kommen jetzt Close-Up und dann sitze ich so da, hinter mir steht der Bo, schweigend und schaut so auf das Bild, ich sitze da an meinem Dolly, schweigend, schaue auf das Bild, während alle noch so ein bisschen rumwuseln und irgendwas machen und dann sage ich zu ihm, weißt, das Toplight, das machen wir das nächste Mal nicht mehr und dann schaut er mich so an und sagt so, ja, ich bin auch total unglücklich und dann dauert es nochmal ein paar Minuten und dann sagt er, wie lang brauchst du, um das aufzubauen, dass wir es anders machen und dann sage ich, 20 Minuten und dann überlegt er nochmal eine Minute und dann sagt er, okay, also, wir machen die Szene nochmal, wir bauen nochmal neu auf, wir fangen das ganze Ding nochmal neu an und dann haben wir also den ganzen Vormittag, den wir schon gedreht haben da, komplett nochmal gemacht und haben trotzdem unseren Tag geschafft, also das war dann schon, wir haben dann schon sehr eilig arbeiten müssen oder zügig, aber sowas gibt es schon auch. Was auch wieder toll ist, das kann man halt auch mit einem Regisseur machen, der sehr viel Wert auf die Visualisierung da legt oder auf das Visuelle legt, der dann halt so eine Entscheidung trifft und letztendlich ja mir auch dann hilft, weil am Ende das Produkt besser ausschaut. Ja, nee, total. Also, finde ich ja, finde ich auch geil, lieber das da nochmal zu machen. Ich habe übrigens, der Grund für meine Verwirrtheit gerade war, ich hatte mir eine Frage auf einen Zettel geschrieben und den habe ich jetzt gerade wieder gefunden und zwar, nee, wollte ich wahnsinnig gerne von dir wissen, wenn man dir morgen deine Kunst nehmen würde und du bis an deinem Lebensende keine Kamera mehr bedienen dürftest. Wie würdest du denn, was würdest du tun, also produktiv gesehen? Künstlerisch, wie würdest du dich betätigen? Darf ich ein Fotoapparat benutzen? Unbedingt. Dann, glaube ich, würde ich in die Fotografie gehen. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Also, bist du, du fühlst dich auch der Fotografie hingezogen, in irgendeiner Form? Auf jeden Fall. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob du sie gefunden hast, es gibt auch so eine Fotografen-Seite von mir, in der ich so ein paar Sachen online gestellt habe, die ich gemacht habe. Wie heißt die denn, die Seite? Sumera-Photography.com 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 Wird sofort angeguckt. Ja, ich, also, ich, ich glaube, ich bin, wäre nicht der beste People-Fotograf, einfach, weil diese Art und Weise, wie man, also, wenn ich deine Arbeiten anschaue oder, oder Arbeiten von anderen Fotografen, also, ähm, ähm, auch diese, wie soll ich sagen, erotische Fotografie ist es ja vielleicht bis zu einem gewissen Grad, aber also auch diese, diese Art von der intimen Fotografie, glaube ich, wäre nicht so meins. Also, einfach dieses, ich glaube, ich würde mich da nicht so wohlfühlen, in der, in der Art und Weise, das zu stagen und hinzubekommen oder sowas. Ähm, und auch People-Fotograf ist, ähm, ich, vielleicht brauche ich auch ein bisschen hin und wieder mit dem einen oder anderen, dass man, dass man so eine Gemeinsamkeit findet, ähm, dass man also, sich so gut versteht oder sowas. Es gibt ja Leute, die, die treffen da jemanden neu und, und labern und haben irgendwie gleich ein super Verhältnis und, und alles ist lustig und gut und ich glaube, da brauche ich ein klein bisschen länger. Ähm, und für manche, ähm, Porträts oder sowas ist halt die Zeit immer nicht da, dass man das so über einen längeren Zeitraum, so laufen kann, bis man sich mal so kennenlernt und gegenseitig oder voreinander öffnet, so. Ähm, aber ich mag... Also bei dir machst du das schon mal ganz gut, nach 50 Minuten. Ja, vielleicht habe ich da auch ein verkehrtes Bild von mir, weiß ich nicht. Ähm, aber, also das glaube ich, da wäre es nicht so, aber was ich gerne mag, sind zum Beispiel so ein bisschen so abstrakte Geschichten, also wenn du auf mein Instagram-Ding schaust, da sind so Sachen, die ich dann so finde irgendwo so am Straßenrand oder irgendwo so, das mag ich gerne, wie so Licht und Schatten zueinander spielen, so bestimmte Farbanordnungen oder wie, was die dann machen, auch wieder mit Sonne, keine Sonne, ähm, sowas mag ich gerne oder ich habe auch mal so, so ein bisschen so Arktiturfotografie gemacht, das fand ich auch irgendwie gut, ähm, ich habe zwar auch so Porträts gemacht, also auf dieser Seite, da sind zum Beispiel so einige Porträts von so Sterneköchen, weil ich mal eine Serie gemacht habe, ähm, also, also gefilmt habe, ähm, wo es um Sterneköche ging und dann habe ich immer, ich habe mir vor einiger Zeit mich mal belohnt mit so einer, mit so einem, ähm, schönen Film-Hustle-Blatt und die habe ich dann immer mitgenommen und habe dann halt gesagt, mir gedacht, wenn ich jetzt so eine berühmte Person vor mir habe oder so eine besondere Person, so muss man ja sagen, die, ähm, auch das ganze Können und Talent auf etwas anderes, nämlich auf Essen, ähm, gerichtet hat, dann wäre es doch vielleicht toll, wenn ich die dann einfach so fotografiere. Und dann habe ich also jedes Mal, nachdem wir die Interviews gemacht haben und nachdem wir die so verfolgt haben, eine Woche lang habe ich die gebeten, ob sie, ähm, sich für einen Film da für mich so hinstellen. Sag mal, ach so, entschuldige, nein, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du gingst so rum. Nee, genau, genau, und es war so, und damit habe ich also so ein paar dann schon auch Menschen dann, ähm, ein bisschen ernsthafter vor der Kamera gehabt. Ähm, ich, wahrscheinlich muss man es einfach auch üben, dass man denen sagt, so, genau, schau ein bisschen mehr nach links, nimm die Hand ein bisschen höher, mach diese ganzen Sachen. Ich glaube, ich käme mir da am Anfang komisch vor. Ich bin aber auch mal für Freunde, es hat mir jemand mal gesagt hier, ich soll so für irgendeinen Werbespot, brauchen sie einen Cowboy. Warum sie auf mich gekommen sind, weiß ich nicht, aber dann habe ich also, irgendwann fand ich mich so am langen Ledermantel, ähm, so wie Terrence Hill so ein bisschen, ja, mit, mit dem Cowboy-Hut stand ich dann da irgendwo auf einer Bühne in so einem Greenscreen-Studio, ähm, und, und dann, dann stand ich da und keiner hat zu mir was gesagt. Und dann haben sie gesagt, und bitte, und dann stand ich da und vorher hat man mir gesagt, ja, dann drehst du dich halt so und dann habe ich das gemacht, aber irgendwie hat mir, kam ich mir unendlich einsam vor, da vorne. Ja. Also erstens bin ich es nicht gewohnt, aber zweitens, habe ich einfach nicht gewusst, was ich mit mir machen soll. Ich hatte plötzlich so viele Hände, ja, wie man meinen Kopf halten soll, das war alles irgendwie unangenehm und da habe ich gemerkt, wie wichtig es eigentlich ist, gerade um sich wohl zu fühlen, dass jemand sagt, schau mal nach links, nimm mal die Hand nach oben. Also, dass eigentlich das, was mir unangenehmer ist, als so eine Art, äh, Regieanleitung da an dieses Model zu geben vielleicht, eigentlich im Grunde genommen für das Model enorm hilfreich ist und genau das eigentlich wegnimmt und sie, man sich eigentlich dann viel näher ist, als wenn man es nicht sagen würde so. Aber dann hast du, das war aber auch ein scheiß Regisseur oder Fotograf dann, das ist ja furchtbar. Ja. Also, ne, dafür, ich meine, das ist doch das Schöne an einem, an einem Kameraregiegespann, ähm, dass du da einen empathischen Kameramann hast und dich eigentlich um das Bild kümmern, äh, erkannt oder musst. Ich musste mal ganz kurz fragen, hast du eine 500cm, deine Hasselblatt? Ähm, genau. Ähm, die habe ich ja auch. Vielleicht, vielleicht können, können wir die mal, können wir die beide mal zusammen Gassi führen. Ähm, jetzt habe ich bei Bo, ähm, gelaufen, also, ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwie das Ehrenbild gepostet habe, was auch mit einer 500cm, ähm, gemacht wurde. War das dann deine? Ne, war nicht meine. Äh, der hatte, ähm, jetzt hier für Dark, äh, äh, die Fotografie wieder so für sich entdeckt, so in der zweiten, in der zweiten Staffel und hat sich eine, eine Leica, ähm, geholt und hat dann sehr viele Fotos gemacht. Auf seinem Instagram-Account sieht man die, also ganz, ganz viele Behind-the-Scene-Fotos. Ähm, und weil ihm das Spaß gemacht hat, äh, hat er sich auch noch ein paar Filmkameras so geholt. Also er hat eine, eine Pentax habe ich gesehen. Eine Pentax, genau, eine Pentax hat er dabei, ähm, bei der Hasselblatt weiß ich nicht, also die habe ich noch nicht gesehen im Einsatz. Äh, eine, eine Film-Leica hat er auf jeden Fall sich auch geholt. So. Also mit der Pentax, da sehe ich ihn auch öfters, da läuft er auch öfters, ähm, jetzt immer rum und, ähm, ähm, nimmt also auf, weil er hat jetzt neulich waren wir so einen Nachtrag gehabt und da hat er auch dann mit der gefotografiert. Genau. Ähm, ja, aber ich, also war da, glaube ich irgendwie, war da als Hashtag, deshalb war ich so, und als du gerade meintest, du hast eine vielleicht, dachte ich, hätte er sich ein... die sind, die sind zum Beispiel auf diesen, auf diesen Fotoseiten, auf meiner, auf meiner Fotografen-Homepage. Ja, das gucke ich mir an. Da, da sieht man dies, genau. Und da sind zum Beispiel auch so Fotos drauf, das ist was anderes, was ich noch gerne machen, oder was ich gemacht habe, sogar in, äh, sogar auch, kommerziell weiß ich nicht, ich habe so als Auftragsarbeit, nennen wir es künstlerische Auftragsarbeit, Bilder zusammengesetzt, so aus ganz vielen Einzelfotos, ähm, ein größeres Bild zusammengesetzt, ähm, und dann, da irgendwas draus gemacht, es gibt so eine Serie in, in Hongkong, da war ich auch im Zuge von dieser, von dieser Show über diese, über diese, oder dieses, Doku-Porträt-Geschichte da, über diese, äh, Sternenköche, und die Stadt hat mich ganz enorm beeindruckt, und habe dann auch verlängert, eine ganze Woche, und bin da rumgelaufen, und habe fotografiert, bei Nacht, oder bei so Dämmerung, und bei Tag, diese enormen Häuser, und diese vielen, vielen Fenster, und diese Höhe, und diese Dimension, und so weiter, ähm, und habe versucht, irgendwie einen Standort zu finden, wo ich möglichst mittig von so einem, von so einem Haus sein kann, und habe auch wieder so ganz viele, so, weißt du, so Panorama-Aufnahmen gemacht, also erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe, ähm, und dann jeweils, keine Ahnung, acht Fotos nebeneinander, und habe dann diese Häuser so ein bisschen zusammengeschnitten, also Teile rausgenommen davon, oder Fenster eingesetzt mit Licht, oder sowas, dass es so ein bisschen anders ausschaut, als es ausgesehen hat, also mehr so ausgesehen hat, wie ich es mir dann vorgestellt habe, also das fand ich auch, das hat auch Spaß gemacht, so, es ist, ich mag bei der Fotografie als, als Gegensatz auch jetzt so, zu der filmischen Arbeit, wenn ich an sowas denke, wie Dark, da sind dann 50 Leute, um mich herum, die, also relativ oft irgendwie eine Frage haben, ist das Auto im Bild, wie, wie groß ist die Einstellung, äh, wo soll die Schärfe hin, wie ist das mit dem Licht, ähm, sind die Haare gut so, kannst du da bitte drauf achten, machst du das, ich selber habe genug Fragen an mich, wenn ich so mit der Kamera unterwegs bin, und so für mich, dann bin nur ich da, und sonst niemand, und ich, äh, habe keine Fragen zu beantworten, das ist so eine Ruhe, und man macht da, und macht da so ein, irgendwie ein Bild, das finde ich irgendwie, was, was sehr schön ist, um so, zu entspannen eigentlich, von dem anderen. Ja, ähm, ähm, kann ich, das kann ich gut verstehen, wo du gerade jetzt bei, ähm, wenn du sagst, deine Fotografie ist ja ein bisschen abstrakt, und so, ich bin ja, ähm, also ich bin, bin großer Lynch-Fan, also bekennend, äh, to the core, und hab gerade aber auch, bin auch im totalen Lynch-Fieber, weil, ähm, also mein momentanes Projekt halt sehr, sehr, sehr Lynch-ig wird, und ich hab, ähm, die, äh, äh, hau gerade die, ähm, die dritte Twin Peaks Staffel zum dritten Mal, ähm, durch, richtig auf Analyse, und, ähm, frag mich da, würde, würdest du denn, ich mein, weil wir sind ja nun mal bei dem, bei dem Kommerziellen hier auf sehr lineares Fernsehen, einigermaßen, ähm, also, so non-linear wie es sein kann, hat Dark gemacht, aber ich mein jetzt so, ist, 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 ist sowas, würde dich das reizen, mit so einem, mit so einem, ich mein, klar würdest du wahrscheinlich gern mit Lynch arbeiten, warum auch nicht, aber ich mein, würde dich das reizen, irgendwie was, was total Verrücktes zu machen, was so raus aus diesem, ja, keine Ahnung, aus dieser normalen Erzählweise, äh, geht? Also, eigentlich würde es, ja, ich finde es schon mal spannend, weil es schon mal anders ist, weil irgendwas Besonderes dabei ist, ähm, weil es eben nicht wieder, man kann nicht nur wieder solide eigentlich eine Arbeit abliefern, zu etwas, was man in irgendeiner Form schon so gesehen hat, sondern man kann ja selber dann irgendwie was erfinden, oder eine Art und Weise, ähm, eine Welt erschaffen dann sozusagen, ja, oder eine Art und Weise der Umsetzung, der visuellen Umsetzung, das finde ich also insofern, äh, schon recht spannend. Würdest du denn, ähm, hättest du denn Bock, Regie zu führen, oder ist das dann eher karrierisch schadend, weil du sagst, nee, dann, ich, ich kenne das erst, es gibt ein Beispiel von einem Kameramann, der, keine Sekunde ausgelassen hat, um zu sagen, dass er eigentlich Regie führen möchte, und das war natürlich ein ganz rotes Tuch für andere Regisseure, die gesagt haben, boah, Alter, ganz ehrlich, ich meine, weißt du, der dreht hier nachher seinen Film, ähm, ähm, ist das irgendwo, hast du jemals darüber nachgedacht? Ich glaube, es gibt schon hin und wieder mal so einen Moment, wo man sich so denkt, Mann, dieser Regisseur, wieso, wieso rafft er das nicht, dass es in dieser Szene, in dieser Situation, doch so und so sein muss, ja, oder dass das nicht intensiv genug ist, oder nicht emotional genug, oder was auch immer, oder, oder zu viel, oder so, aber das ist halt dann immer nur so ein Moment, und öfters bringe ich es auch mal vor als Frage, findest du das richtig, das, ähm, und dann haben sie natürlich da eine Meinung dazu, und finden das auch oder nicht, hinterher im Schnitt stelle ich dann fest, aha, die haben doch recht gehabt, und ich nicht, ähm, oder ich hätte doch recht gehabt, aber das ist ja auch unerheblich, nein, ich glaube für, im Moment bin ich als Kameramann sehr, sehr zufrieden, ich bin auch nicht eigentlich ein Typ, in dem so die Geschichten drinnen sitzen, und so rausbrechen müssen, wie ich es, wie ich es bei vielen Regisseuren so erlebe, weißt du, die so diesen, diesen Drang haben, eine Geschichte so, auch zu erzählen, ich glaube, ich bin auch sehr schlecht im Pitchen zum Beispiel, ich verzettel mich leicht, und komme dann von Holzchen auf Stöckchen, und vielleicht hat man das hier im Gespräch auch gemerkt, wo man dann ganz woanders hinkommt, als man eigentlich die Geschichte erzählen würde, und alle nur da hocken, und sich, äh, wach halten müssen. Das denkst du nur du, das weiß ich nicht, der Bo hatte mal zu mir gesagt, am Set, als ich ja wieder auf ihn so zugesteuert bin, und sagen wollte, Bo, äh, dann hat er gesagt, okay, du hast drei Sätze, insofern kann es schon sein, dass ich mal ein bisschen zu viel rede, um irgendwo hinzukommen, ähm, aber nee, ich, ich, ähm, ich würde gerne tatsächlich derjenige sein, der während der Regisseur die Geschichte erzählt, so ein bisschen am Lagerfeuer dann den Zirkus macht, und die Flammen höher, und, äh, tiefer steigen lässt, ein bisschen mehr, ähm, Zauber da, ähm, aber die Geschichte dem Regisseur sein lasse. Ja, hast du, äh, gab's denn mal, ähm, jetzt, wo du sagst, deine, die Gedanken plagen dich, warum macht er das nicht so, hattest du denn mal, bist du irgendwann mal mit dem Regisseur aneinandergeraten, oder, oder hast du, äh, du, keine Namen nennen, aber wenn du jetzt, hast du mal irgendwie bei jemandem gedacht, okay, Alter, wenn es nicht sein muss, hab ich keinen Bock mehr mit dir zu arbeiten? Also, ich, also das hatte ich, ich hatte das schon immer mal wieder so, ähm, ich glaube, dass es auch, je nachdem, wie intensiv das, äh, der Film jetzt ist, oder die Situation, oder sowas, man schon auch mal dann dazu übergehen kann, dass man sich anfaucht, oder sowas, oder dass man, dass man, ähm, miteinander streitet, vielleicht sogar auch mal laut wird, im Extremfall, äh, ich bin der Meinung, es muss dann immer nur um die Sache gehen, also wenn man, wenn man kämpft für eine bestimmte Sache, weil es des Wertes innerhalb des Films, dann ist es, dann ist es auch richtig, finde ich, dann ist es auch richtig, für mich gegenüber dem Regisseur, oder anderen Leuten, meine Meinung so ein bisschen zu verteidigen, denn im, hoffentlich im Idealfall, bin ich ja genau deswegen da, weil man auf meine, auf meine Meinung auch einen Wert legt, ähm, wenn es dann persönlich wird, und sonst irgendwas, dann ist es ein Quatsch, dann, also dann, dann muss man es irgendwie sowieso sein lassen, ähm, aber, äh, ich denke, auch so ein Gefühl kann dann auch wieder verfliegen, ich meine, letztendlich ist es ja auch, hat es ja eine Intensität, dieses Zusammenarbeiten, man sitzt da aufeinander, über so einen längeren Zeitraum, mit der Vorbereitung, mit allem, ähm, Stress gibt es auf allen Seiten, ähm, und, wie in einer Beziehung auch, da faucht man sich ja auch mal an, obwohl man sich eigentlich im Grunde genommen gerne mag. Ja. Ja, klar, äh, absolut verstanden, sag mal, mein, mein, mein Blick fällt gerade zum ersten Mal auf die Uhr, ich gratuliere dir auf jeden Fall schon mal dazu, dass du den längsten Podcast, den du bis jetzt von den 22 Podcast hast, denn, äh, die Frage, der du wahrscheinlich gerne ausgewichen wärst, aber hast du dir irgendeine meiner Podcast-Folgen angehört? Ich hab mir drei Stück, hab ich mir angeschaut, wow, ja, und ich fand sie auch sehr, sehr interessant, ähm, ich hab mir den angehört von André Jocelyn, ja, das war der erste, dann von Torben Liebrecht, mit dem ich, der auf der Filmhochschule auch war, äh, mit mir, den ich also so kannte, aber mehr so eben Hallo und dann haben wir mal drei Worte miteinander gewechselt, aber er ist mir auf jeden Fall ein Begriff, fand es sehr interessant, äh, alle drei, und der letzte war von der, mit der Maggie Herker, ähm, kann dir auch zu allen dreien was sagen, wenn du möchtest, ähm, ich fand die tatsächlich sehr interessant, was die, was die jeweiligen Leute erzählt haben, wie diese Gespräche waren, guck mal, ich hab das sehr gerne gemocht, ja, das ist ja, das ist, hab da auch was mitbekommen, so muss man sagen, eigentlich, das ist ja das Allerschönste eigentlich, dass ich von den Sachen, die die anderen erzählt haben, eigentlich was für mich auch, ähm, daraus, was ziehen konnte, und was gewonnen hab, daran, so. Ja, Wahnsinn, dass du dir, und dass du dir meine Stimme gleich dreimal angetan hast, finde ich auch, äh, ehrlich gesagt, lobenswert, und, ähm, auch ein bisschen gruselig, sag mal, sag mal, äh, 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 aber du hast mitbekommen, dass immer am Ende die Kinderfragen kommen. Die hab ich mitbekommen, das hab ich bei dem André mitbekommen, und dann dachte ich mir, ah, also wusste ja, dass du, dass du, ähm, äh, äh, ich bin, muss ich sagen, erst nachdem du mich gefragt hattest, auf den Podcast gekommen, und dann hatte ich mir den von André angehört, und dann kam das mit diesen Fragen, die du am Ende jeder Podcast-Serie stellen möchtest, und wusste noch, seine Lieblingsfarbe, hat er gesagt, äh, und dann hab ich mir gedacht, okay, das mach ich jetzt besser aus, weil es ist ja auch Ziel des Ganzen, dass man es einigermaßen spontan macht. Also auf Lieblingsfarbe bin ich vorbereitet, da hab ich was vorbereitet, ähm, aber alles andere weiß ich nicht. Ich will dich eigentlich auch nur, ähm, ich will dich, ich will dir auch eigentlich nur durch die Blume mitteilen, dass, ähm, du, äh, das auch machen musst, und dass da keinen Weg dran vorbeigibt, und, ähm, und, dass dir das nicht zu albern ist, wenn man sein darf, diese Fragen zu beantworten, lieber Nick. Ähm, und da würde ich jetzt auch, ach nee, pass auf, ich hab noch eine letzte Frage, weil es mich persönlich interessiert, weißt du denn schon, ähm, wärst du denn, oder vielleicht ist es ja auch noch gar nicht so weit, weißt du denn, ob du beim nächsten, ähm, Projekt von Bo dabei bist? Also jetzt machen wir erstmal die, die dritte Staffel, ähm, die wir mehr oder weniger, sobald wir jetzt dann so fertig sind, äh, äh, gleich die nächste vorbereiten, also, dass der Zeitraum kürzer ist, bis das dann tatsächlich vorm Zuschauer, ähm, liegt. Und danach diese Geschichte, äh, das weiß ich noch nicht. Okay. Wir haben mal drüber gesprochen so, aber da ist ja auch noch ein bisschen Wasser, was da hinunterfließen kann, den Berg. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist, man kann schon sagen, es ist jetzt nicht ganz absurd, dass es sein könnte, dass ich da gefragt wäre. Ja, ich wünsche dir das auf jeden Fall vor allen Dingen, weil, wenn es jetzt noch mal in eine andere Richtung geht und so, ähm, ich, ich bin, ich weiß nicht, ich bin immer, ich, das sind so wie, für mich so wie Geschichten, die gut enden. Ich möchte gerne, ähm, ich möchte gerne, dass du das machst. Also sagen wir mal, du kannst mich ja, ich, ich halte mich, du hältst mich mal auf dem Laufenden. Ja. Und dann können wir mal drüber, äh, können wir nochmal drüber sprechen. Nick sowieso, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber was total schön wäre, ist, wenn du in einer Weile, vielleicht nach der dritten Staffel, wenn wir, wenn du nochmal zurück in meinen Podcast kommst, weil, ähm, ich immer versuchen wollte, dass die Leute so nach und nach, nach einer Weile nochmal reinkommen und wir nochmal über die Sachen reden, über die wir nicht gesprochen haben und was vielleicht in der Zeit passiert ist. Komme ich sehr, sehr gerne. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ähm, komme ich sehr, sehr gerne. Schön, dass du mich überhaupt eingeladen hast und noch gleich ein zweites Mal haben willst. Nein, das ist doch, das ist doch, äh, das ist doch klar. Und vor allen Dingen, Mensch, Mann, komm, du bist, der mit dem längsten Podcast. Du bist der mit dem längsten, Nick. ich fange mal direkt an. Na, endlich. Deine Lieblingsfarbe. Ja, hatte ich ja was vorbereitet. Ähm, blau. Nein, weiß ich nicht. Ich mag blau sehr gerne und ich mag braun sehr gerne. Ja, bei braun bist du, das hat noch keiner gesagt und da bin ich, da bin ich aber komplett bei dir. Ähm, braun und weiß sind zwei, ja, unfassbar schöne Farben. Ähm, dein, dein Lieblingsessen? So, jetzt geht's los. Jetzt erwartet natürlich jeder Schweinebraten. Hast du als Bayer? Nein, ähm, ich glaube, mein Lieblingsessen ist, also, ich, also alles mit Pasta. Okay, bist du denn, äh, muss man da auf irgendwas achten, bist du vegan? Nein. Oder vegetarisch oder so? Nein. Nein, also geht ja als Bayer auch gar nicht, oder? Nee, geht nicht. Nee. Ähm, dein Lieblingsgetränk? Dann lass es auch ein helles sein, weil ansonsten. Ja, ein helles mag ich gerne, aber ich glaube, äh, Kaffee. Wow. Okay, Kaffee, warte mal. Ich hab, kannst du dir vorstellen, dass ich bin, ähm, ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang kein Kaffeetrinker gewesen, weil ich extrem schnell auf Koffein reagiere. Also ich krieg richtig dann Herzrasen und Panikattacken und meine Hände fangen an zu zittern. Ja. Ähm, aber du kannst dir vorstellen, nach drei Staffeln Twin Peaks, wie soll man da kein Kaffee lieben? Und deshalb, ähm, ich arbeite mich da gerade ein bisschen ran. Ähm, und das war deine Lieblingssüßigkeit? Habe ich gar nicht so. Ich bin mehr der Chipsmensch und, und so weiter, da hat das so salziges Zeug. Ähm, aber wenn ich jetzt was nennen muss, eine... Nee, musst du nicht. Dein Lieblingschips. Lieblingschips habe ich auch nicht. Aber ich esse schon ganz gerne mal so eine Packung Pringles, äh, dann so durch. Okay. Keine, keine, keine Geschmacksrichtung? Äh, die ganz normalen, klassisch. Ah, also auch bei, auch bei Schokolade, also wenn dann hier Süßigkeit, dann so eine Milker, Vollmilkschokolade, ähm, ohne irgendwas drin, sondern nur klassisch. Okay, aber, ja, das ist ja ein bisschen der BWLer dann in dir. Ist das so? Ich weiß es nicht. Ach so, pass auf, wenn du die Fragen nicht gehört hast, dann ist, äh, dann kommt eine Frage, weil, ne, ich hab das ja von einem, von einem, von einem Kind abgeguckt, und der fragte seinen Gegenüber, was denn sein Lieblings Power Ranger wäre. Jetzt haben wir aber im, in, anhand von 22 Podcasts gelernt, dass viele Leute die Power Rangers nicht kennen, so wie auch ich, ähm, so wie auch ich, äh, aber dafür die Turtles. Oh. Die Teenage Mutant Ninja Turtles. Und dann haben wir auch Leute gehabt, die auch die nicht auf dem Schirm haben, und die haben sich dann, äh, durch einen Unfall ein Lieblings-Kelly-Family-Mitglied ausgesucht. Also du, irgendwas in, in, in der Richtung. Also, ich bin mit, ähm, den Ninja Turtles nur mehr vertraut, als mit der Kelly-Family oder den Power Rangers. Ähm, aber auch nur deshalb, weil ich, ich hab die auch nicht gesehen damals, aber mein Sohn hier, fünf ist er jetzt, Ja. Der findet die, die Turtles gut. Und die stehen also hier immer rum, und da muss man immer spielen, und ich verwechsel auch, äh, grundsätzlich, welcher da Michelangelo ist, und welcher da Raffaello ist, und sowas. Ja. Aber ich weiß jetzt, dass der, Michelangelo der Orange ist, und dann sag ich jetzt denen. Okay, alles klar. Ähm, oh, weißt du noch, was der für eine Waffe hat? zufälligerweise? Lass mich kurz überlegen. Ähm, der hat, der hat, glaube ich, die Namchaks, oder? Ah, der hat die Namchaks, kann, kann gut sein. Ähm, sag mal, hast du das jetzt vielleicht ein bisschen schwer für dich, aber eine Lieblingsserie? Lieblingsserie, weiß ich nicht, aber ich hab, äh, jetzt vor einiger Zeit, ähm, ich saß längere Zeit im Flieger, und hatte mir dann, weil filmisch nichts Gescheites kam, mal geschaut, was in den Serien da ist, und Patrick Melrose entdeckt, ja, und hab die den ganzen Flug über durchgeschaut, und fand das ziemlich gut. Sag aber bitte, sei mit mir, sei mit mir einer Meinung, ich mein, das muss eine gute Serie auch können, aber, ja, der, der Abfall, ähm, schade, von, nee, ich mein so, der Abfall von, die, 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 die Komik, die einem, ähm, äh, die einem Brad Easton Ellis sehr nahe kommt, von der ersten Folge, wo es, wo allein sein Drogenkonsum und seine, seine Art, einen so dermaßen zum Lachen bringt, zu, zu, zu der Kinder, zu seiner Kinderstory, mich hat das so runtergezogen, ich konnte eine Stunde nicht schlafen, ich hatte, ich war, ich war wirklich, ich war selten, war ich von einer Serie, die so anfängt, und ich so, irgendwie gut drauf war, weil es so ein bisschen so mein, ne, so, so bad attitude fun, äh, war dann plötzlich so, alter, ihr macht mich, ihr macht mich richtig fertig, das war, also ich, die hat mich richtig runtergezogen dann, aber vielleicht auch sensibel. Also ich hab die, so, so große Fallhöhe war es bei mir nicht, weil ich das am Anfang auch, alles irgendwie, doch so, noch erschütternd fand, in all diesem Humor, den es so hatte, als er da so, so halb durch die Restaurants geflogen ist, und so weiter, und dann in diesen Sesseln da gelandet ist, und so, ähm, aber, ja, was ich ein bisschen schade fand, war, dass es am Anfang eben so eine, so was, so eine Leichtigkeit in dem Ganzen doch noch hatte, auch so eine visuelle Besonderheit, und dann am Ende eigentlich immer normaler wurde, je, je ernster und, und, ähm, bedrückender das ganze Thema wurde, das hab ich eigentlich ein bisschen schade gefunden, aber auf der anderen Seite, wie will man das auch dann in der Leichtigkeit noch weiter inszenieren, so, ähm, aber die fand ich auf jeden Fall visuell ganz toll. Ja, das stimmt, da gerade am Anfang geben sie ja, geben sie ja richtig Gas, also das, ähm, und was, wie sieht es aus mit dem Film? Lieblingsfilm meinst du? Ja, 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 da gibt's, da gibt's so eine ganze Handvoll, das sind aber alles schon ältere Geschichten, also, ein Klassiker immer wieder gewählt ist zum Beispiel, ähm, oh Gott, Inside, the Insider, Michael Mann, den find ich großartig, L.A. Confidential, find ich toll, Heat, Casino, ähm, ähm, also solche Sachen, the assassination of Jesse James, ähm, echt, sag mal ganz kurz, aber da erinnere ich mich, also jetzt, der fällt jetzt so ein bisschen raus bei den ganzen Dingern, geile Bilder, aber sag mal, war der nicht wahnsinnig träge und lang inszeniert? Also ich, ich hab den nur einmal gesehen und das war wirklich, als er rauskam und da, da hab ich so, da hab ich so im Kopf, dass das sich, sich wie Kaugummi gezogen hat. Ja, ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich hab den irgendwie oft, immer wieder mal studiert, zu dem, von den Bildern her ähm, und da hat er mir irgendwie, ja, ist er mir da ganz besonders in Erinnerung geblieben. Der ist ja auch zu derselben Zeit gewesen, wie, ähm, No Country for Old Men. Oh, fantastisch. Und diese zwei da so zusammen, weil sie beide Roger Deakins Arbeit waren, da war er auch beides mal für einen Oscar nominiert in diesem einen Jahr, da hab ich also die, wie gesagt, viel miteinander verglichen, miteinander angeschaut und so weiter. Ähm, ich hab ihn aber, das stimmt auch schon längere Zeit nicht mehr, als ganzen Film angeschaut, vielleicht muss ich das mal wieder machen. Ähm, also du hättest jetzt nichts dagegen vor, 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 ähm, vor seinem Ableben, ähm, nochmal, äh, nochmal mit Scorsese zu arbeiten. Eine Martin Scorsese, äh, Nick Summerer, Zusammenarbeit. Nichts dagegen zu haben, auf gar keinen Fall. Also ich würde mich natürlich, äh, das wäre natürlich großartig. Ähm, ich hab allerdings die letzten Filme nicht gesehen. Ich hab Silence nicht gesehen. Und, was hat er denn davor gemacht? Äh, Ah, den Ding jetzt hier, den, ähm, den, den, mit dem Leonardo DiCaprio. Shutter Island? Nee, da, da kam noch einer danach, der mit dem Geld. Wolf of Wall Street. Genau, den. Nick, bitte. Nee, nee, nicht Wolf of Wall Street. Da kam doch noch einer rein. Wie hieß denn der? Ah, den musst du gesehen haben. Der war, wo er den, mit dem Leonardo DiCaprio, äh, er hat mit ihm noch einen gedreht danach. Ach, natürlich, den hab ich nämlich auch nicht gesehen. Ähm, da ging's um die Entführung des Getty-Typen, oder? Nee, das war der, das war der Ding jetzt hier. Das war der, Gott, Namen. Ähm. Ach, stimmt, nee, das war. Ähm, der Irishman hat er gemacht. Pass auf, dann hier. Nee, der Irishman ist schon fertig? Pass auf, nee, also den macht er gerade, hier. Gott, das ist schrecklich. Äh, Silence. Der, der Wolf of Wall Street. Das war er schon, da hast du recht. Ja, ähm, ja, also falls du ihn nicht gesehen hast, bitte guck ihn, ähm, ich hab, das war das letzte Mal, dass ich von Minute eins bis zur letzten durchgelacht habe. Ähm. Bei Wolf of Wall Street. Ja, und es ist wirklich so, dass, den hab ich gesehen. Ach, den hast du gesehen, okay. Nee, ich finde, ich finde, ähm, ich finde, dass er in seiner Derbheit auch immer am besten. Entschuldige, ja, sag, du hast es gefunden. Nee, ich hab nur geschrien, weil plötzlich irgendwo ein Video hochging. Nee, den hatte ich gemeint, also Wolf of Wall Street. Okay, nee, ich glaube, hat den, ich weiß nicht, war er nur Produzent oder hat er jetzt, hat er bei, äh, Vinyl oder Vinyl, wie wir hier sagen. Da hat er wohl den ersten, den, den Piloten gemacht. Ah, okay. Den hab ich aber auch nicht gesehen und es ist ja dann ab, äh, abgesetzt worden, relativ schnell. Ähm, kann ich nichts drüber sagen. Nee. Gut, aber dann warten wir jetzt darauf, dass ihr, ähm, dass ihr zurück, äh, dass ihr was macht. Und übrigens, während wir hier gerade reden, poppt immer bei Netflix, wenn es eine neue Serie gibt, dann poppt hier so ein, so ein, so ein, so ein Ding da auf. Ähm, The Highwayman läuft am Freitag an, äh, über die beiden Bullen, die, äh, Bonnie und Clyde damals gefasst haben. Ja. Und falls du noch keine Werbung gesehen hast, ähm, geile Kamera. Absolut. Werde ich mir gleich anschauen. Absolut geile Kamera, läuft am Freitag an, ähm, ich, ich hab ihn noch nicht gesehen, vielleicht ist er ja auch, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, und Woody Harrelson und Kevin Costner spielen zusammen die Bullen. Mhm. Und das sah alles sehr gut aus. Mein lieber Nick, wir sind, wir haben, wir, 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 Glocken bei einer Minute 21, äh, einer Stunde 21. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber es hat auch wirklich, wirklich, wirklich Spaß gemacht. Du warst ein äußerst angenehmer, äh, Gesprächspartner. Ähm, vielen Dank. Nick, bist du denn in München oder wo bist du? Oder in Berlin? In Berlin. Du bist in Berlin. Alles klar. Ja, unsere Wege werden sich auf jeden Fall kreuzen und dann können wir mal die Kameras zusammenschieben. Ähm, Gerne. Und, ähm, ich verabschiede mich hier und, ähm, sage, tschüss nach, Berlin. Und ich würde dich bitten, nachdem ich auf den Knopf gedrückt habe, äh, noch nicht deinen Rechner zuzuklappen. So machen wir es. Alles klar. Nick, tschüss. Danke dir. Danke vielmals. Tschüss. Tschüss, Ben. Bam Bam Tapes. Der Podcast-Quickie mit Ben Berndschneider.